Und ich begrüße Professor Stefan Bratzl. Schönen guten Abend. Der Autorexperte muss mir mal etwas erklären, was ich nicht verstanden habe. Da sagt ein Chef von VW nun plötzlich, ach wir brauchen den Diesel eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ich will diese Dieselsubventionen gar nicht mehr haben. Was ist der Hintergrund für diesen Vorstoß? Ja, ich glaube, das war schon auch überraschend, dass der Volkswagen-Chef das so deutlich sagte. Der Hintergrund ist sicher der, dass man jetzt ein Stück weit mal aus der Defensive herauskommen möchte. Man ist ja durch den Abgasskandal gerade bei Volkswagen in einem großen Imageproblem. Die gesamte Branche, wenn man so will, ist ein Imageproblem. Und dieser Vorstoß jetzt Richtung Abschaffung des Dieselprivilegs, der ist tatsächlich ein Schritt, der tatsächlich eine Offensive sozusagen darstellt. Und im Prinzip ist der Hintergrund der, dass das Thema Elektromobilität auch beim Volkswagen-Konzern mittlerweile ein absolut gesetztes Thema ist. Es gibt kein Zurück. Man investiert viele Milliarden im Moment in die Elektromobilität. Und klar ist eben auch, wenn die Elektromobilität hochlaufen soll, dann braucht es noch weitere Unterstützung. Und die Ansage ist hier sehr klar. Man will diese Wände hinbekommen und entsprechend braucht man den Diesel später dann weniger. Ich glaube, dass es hier nicht um kurzfristige Veränderungen geht. Eher mittel- und langfristig als die nächsten Jahre. Der Dieselabsatz geht ja bereits massiv zurück. Ist dieser Versuch, Subventionierung zu verlangen von der Politik oder eine andere Subventionierung zu verlangen, auch ein Eingeständnis, dass man das mit der E-Mobilität selber noch nicht so richtig hinbekommen hat? Ja, ich glaube, zunächst mal muss man sehen, dass der Dieselanteil, der jetzt tatsächlich im November bei rund 34 Prozent kommen, von fast 50 Prozent jetzt liegt an den Neuwagenzulassungen, dass man den Diesel eigentlich zur Erreichung der CO2-Grenzwerte braucht. Ohne einen erklecklichen Dieselanteil wird es sehr, sehr schwer fallen, die CO2-Grenzwerte von 95 Gramm im Jahr 2020, 2021 zu erreichen. Das muss man wissen. Das gilt nicht nur für die Premium-Bauer wie Audi, BMW und Daimler, die ja 60, 70 Prozent der Neuwagenzulassungen in Deutschland mit dem Diesel verbinden. Aber klar ist auch, das Thema Elektromobilität wird nicht ganz so schnell kommen und es braucht noch Unterstützung. Ich glaube, der Vorstoß geht auch dahin, dass man erkannt hat, dass wenn der Endkunde den Diesel sozusagen bzw. das Elektrofahrzeug kaufen soll und der Automobilhersteller auch noch ein bisschen was daran verdienen kann, dann ist es eine gewisse Unterstützung notwendig, die vielleicht über diese 4.000 Euro hinausgeht. Matthias Müller von VW ist mit diesem Vorstoß jetzt an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist aber durchaus nicht bei allen so die Meinung, denn zum Beispiel Mercedes-Chef Zetsche hat ja gesagt, wir haben so tolle Dieselmotoren, wir wollen die eigentlich auch weiter bauen. Gibt es da Konkurrenzsituationen auch in der Zukunftsperspektive der Automobilbauer in Deutschland? Ja, es ist ja tatsächlich für den einen oder anderen Unternehmenschef sicher jetzt überraschend gewesen, dieser Vorstoß von Müller. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das abgesprochen war innerhalb der Branche. Und es ist ja tatsächlich so, dass es vergleichsweise saubere Dieselmotoren gibt. Sie haben Daimler erwähnt, die eben einen Motor haben, der auch unter Beachtung der sogenannten Real Drive Emissions, das heißt der Fahrzeugemission, die auf der Straße getestet werden, eigentlich deutlich unter den vorgeschriebenen Stikozidgrenzwerten bleibt. Andere Hersteller haben ähnliche Motoren. Also es gibt sicherlich dort unterschiedliche Ansichten. Aber ich glaube, man muss die Zeiträume hier im Blick behalten. Ab wann wird denn der Diesel nicht mehr gebraucht? Ich glaube nicht vor dem Jahr 2020, 2021, dass man den Diesel nicht mehr brauchen wird, weil bis dahin eben noch nicht genug Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen, die eben die breite Kundengruppen eben kaufen können. Professor Stefan Bratzl, ganz herzlichen Dank.